Jetzt wieder hier, ähm, hier sind wieder, okay, wir sind immer noch in der Runde 11, okay, okay, oh, ähm, ja, äh, wenn die erste Folge nicht, oh, ich stirbe hier gleich, wenn ihr die erste Folge nicht gesehen habt von Zombies, unbedingt anschauen, dann werde ich, ähm, die Runde hier gespielt, so, oh, oh, bam, 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 ich kann nicht schießen, oh, ich hab keine Munde mehr, ja, so, dann haben wir, sind wir jetzt gleich Runde 12, das ist auch cool, alrighty, ähm, so, wer sich mit Zombies nicht auskennt, ist praktisch, ähm, praktisch ein Zombies Spielmodus auf halb Pixel, Ja, Pixel, ich kenne das, so ein übelst beliebter Minecraft-Server, ich glaub, den kennt eh jeder, so, ich hab fast keine Munde mehr, genau, wir haben jetzt schon eine Rifle, also so eine, äh, AR, und so ein, so ein Elder Gun, keine Ahnung, was genau die Elder Gun macht, aber, sie schießt auf jeden Fall so ein Strahl, und die Rifle ist übel zu viel, sie schießt übelst schnell hier, kann man links-klick-reloaden, und rechts-klick-schießen, so, könnt auch selber mal, ähm, den Modus hier ausprobieren, auf halb Pixel, Minecraft-Server, Oh, hier kommt schon direkt zusammen, bam, 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 so, okay, der repart das, wie der auch so ein TNT-Ding so anhat, okay, der hat jetzt wieder maximale, äh, Ammo, wir könnten hier oben aufmachen, ich weiß nicht, ob sich, sich da was bringt, Ich kann mal schreiben, wie heißt denn das hier, zum aufmachen, Power Station, Open, Power Station, Plisa, ich kann nicht schreiben, okay, muss drei Sekunden warten, bis ich wieder dazwischen schreiben kann, das ist ein bisschen dumm, bam, 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 oh, hier kommen, mag mal Slimes hier, ist nicht gut, und da kommt auch wieder ein Dings hier, Okay, ich mach jetzt nicht mal so viele Hits, oh, okay, äh, der Eldagard macht Flächendamage, ist mir gerade aufgefallen, das ist gut, So, hier steht schon Runde zwölf, das ist cool, okay, zwei Zombies leben noch, Hier sind die Zombies, hier ist ein Zombie, oh, oh, nicht sterben, nicht sterben, okay, er ist down, So, hier ist wieder die eine Runde, ich sehe schon Runde 13, das ist richtig gut, jetzt, So, bam, 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 So, Jetzt haben wir Runde 13, Und 32 Zombies leben, oh, und hier ist ein Pigman, Okay, nice, oh, hier ist, die haben schon Eisenrüstung, okay, lol, Oh, hier ist noch einer, By the way, ähm, Dings, äh, Okay, der hat Power Station geöffnet, äh, erste Folge könnt ihr von Zombies hier, ähm, rechts oben beim i abchecken, Ähm, da habe ich nämlich auch alles erklärt, und dann haben wir angefangen, mit der Runde hier, Weil der Runde dauert nämlich übelst lange, Okay, Leute, der, okay, der ist down, der Typ, Rocket Launcher, oh mein Gott, Leute, ich, cool, soll ich mir Rocket Launcher kaufen? Okay, sollen wir Rocket Launcher kaufen, ist die Frage, was gibt's hier? Äh, Power Switch, ich mach Power Switch, okay, ich mach Power Switch, Jetzt haben wir nämlich den Strom hier, Ich glaube, das ist nämlich übelst OP, Und der Typ ist irgendwo down gegangen, der eine, Oh, oh, Okay, wo ist der down gegangen? Ne, ah, ihr lebt schon wieder, ihr lebt schon wieder, okay, das ist gut, So, bam, 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 Oh, die stirbt grad, okay, Moment, Oh, oh, Da kommen grad richtig viel Zombies überall, Okay, der, äh, Revive die, okay, Man kann nämlich sterben, wenn man stirbt, ähm, Liegt man am Boden, dann kann man revive den von Teammates, Wenn man nachher komplett tot ist, Das will im Partner praktisch, dass man knockt ist, Wenn man nachher kommt, Okay, wir sind schon Rote 14, Wenn man komplett tot ist nachher, Dann, ähm, spawnen wir in der nächsten Runde wieder praktisch, Außer wenn alle tot sind, ist praktisch Game Over, Okay, der hat Rooftop geöffnet, Okay, können wir gleich bei Power Station und beim Insta-Kill, Okay, leider sind hier keine Zombies, Okay, da vorne ist ein Zombie, Und hier ist auch ein Zombie, Oh, bam, 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 Okay, Insta-Kill, Ähm, Insta-Kill war cool eigentlich, Oh, jetzt ist ein Zombie, Und hier kommt wieder der Zombie, Ist echt richtig schwer, das Spiel, Nach der Zeit hier, Oh, oh, Hier kommt der, oh, oh, Hier kommt der Armee hier, Bam, 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 Hier kommt jeder, Paar Magma Slimes, Ist jetzt nicht gut, So, Gehen wir mal hoch hier, Und hier gibt es nämlich einen Rocket Launcher, Ich weiß nicht, ob sich das was bringt, Ich glaube, ich kaufe hier mal, Oh, oh, Ich gehe mal hier ganz runter, Ich hoffe noch, dass ich nicht sterbe, Und, äh, Machen wir hier, ähm, Frozen Bullets oder sowas, Aktiviere ich mal nämlich, Oh, Ist nicht gut, Hier, wenn, Hier wieder so viel Zombie kommen, So, Oh, oh Oh, ich brenne hier Oh, wo sind meine Teammates, wo sind meine Teammates Okay, meine Teammates sind irgendwie da vorne oder so Ich aktiviere mal hier so ein Power-Dings Ich muss ganz schnell runter hier Oh, ich öffne Ich will eigentlich im Garten unten das öffnen Aber das ist relativ risky Egal, ich mach's einfach Oh, hier ist wieder so ein Zombie Okay, ich öffne einfach Ich mach einfach hier die Frozen Bullets So Frozen Bullets Das heißt, ich freeze hier die Zombies Das heißt, die Zombies werden langsamer, wenn ich die anstehe Das ist richtig gut Okay, das ist cool So Frozen Bullets Bam, bam, bam Oh, ich hab keine Arme mehr Okay, okay Ich mach unbedingt Money Oh, ich kann auch hoffen, dass jetzt Irgendwas jetzt, irgendwer hier Ammo Und hier kommen Dings Hier kommen schon solche Blazes Oh, oh Hier ist auch ein Zombie Oh, oh, ist nicht gut Extra Health, das ist auch gut Ich mach mal hier extra Health Okay, jetzt hab ich mehr Leben Okay, Lord Okay, jetzt ist hier Zombie Ich muss Reloaden Okay, jetzt ist Rocket Launch Die Frage ist Ich mach halt unbedingt Money Money, Money, Money Okay, ich hoffe, dass jetzt irgendwer so ein Ammo Dings findet So ein Munitionsteil Keine Hoffnung hier jetzt Hier muss ich unbedingt wieder Repairn Ich brauch unbedingt Money Nämlich für die Rifle Oder ich renge ganz runter Könnte mir Money kaufen Aber ich weiß jetzt nicht, was das kostet Aber ich könnte es versuchen Oh, meine Teammates sind irgendwo Das ist die Frage Wo meine Teammates sind Ich geh mal hier runter Und probier irgendwie die Rifle Hier, ähm Neue Munition zu kaufen Außer meine Teammates Frag ich mich Okay Oh, oh Ich muss aber irgendwie runter Nämlich Oh, hinter mir Oh, oh Ich glaub ich bin down Oh, oh Oh, ich brenne Oh, oh Nicht gut Nein Oh, oh Ah, ich bin down Nein Oh, oh Oh, der andere ist auch down Oh, wo sind die anderen zwei Leute Ich verstehe nicht, wo die sind hier Okay Sind die irgendwo ganz unten Aber wo sind die sind die AFK Ich frage mich nur, wo die sind Help Schreibt er schon Ich weiß nicht genau, wo die sind hier Oh Ich bin tot Okay Ähm Wo sind die Ich frage Die anderen zwei Leute Das freut mich Oh, oh Der andere ist auch down Der andere ist auch down Alrighty Okay Da ist der eine Warten wir schnell Vielleicht schafft er die Runde Oh, oh Der hat nur ne Pistol Oh, oh Okay Es lebt nur mehr der Ich glaub das Ich glaub das schafft es nicht mehr Oh, oh Oh nein Oh, wir haben Game Over Jetzt geht's los Äh, jetzt Man kann drei Gunsets haben Okay Refill Ammo Okay, das ist cool Okay, Rollercoaster Okay Ich glaub das ist nur ein kleiner Minimap Hier war gerade irgendwie Chicken So, dann Bam, bam, bam So ein Chicken Bam, 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 bam Oh, oh Hier kommt der eine Typ schon Hier sind die Aliens Die Sounds Die Sounds einfach von die Zombies Ich brauch unbedingt Scheiße Waffe hier Normale Waffe ist hier Rifle, okay Ich glaub ich kaufe ein Instant Rifle Wär jetzt übelst op hier Ah, hier war das, okay Nur noch kurz warten Nächster Zombie Okay Ich komm direkt durch die Zombie Pigments Okay Okay das Carpenter Also, lol Lass mal Okay, lol Lass mal schneller Dings Äh, hier Repariert Okay, noch so ein Zombie Weil ich hab halt, ähm Dings So Bam So, jetzt sind wir schon Runde drei Gar nicht so schlecht Ich kaufe ein Instant Rifle Ich kaufe nicht so So Jetzt hab ich den Rifle Lass es gut jetzt So, ich hoffe das jetzt Okay, hier kann man nämlich Armor refillen Also die Munition Ähm Neu auf werden praktisch Dass man mehr Munition hat Das heißt, wenn ich Einmal keine Munition hab Dann kann ich natürlich Äh, auffüllen wieder So Dann hab ich hier Noch Leather Armor Und so Bam Jetzt hab ich Leather Armor Nächster ist Gold hier Okay Gibt's dann auch Irgendwann Diamantrüstung? Das wär's Okay, hier ist ne Shotgun Könnte ich mir auch kaufen Demnächst Ne Shotgun Aradino Ist hier, okay Irgendwo Muss hier eigentlich Wieder ne Äh, Dings geben, oder? Gute vorne kommt wieder Was raus Zombies raus Dann reload ich wieder So Bam, bam, bam So Bam, 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 bam So Und der Zombie Pick man wieder auf Wenn er durch Der ist näher ein Auge Als Kopf hat Okay, fünfte Runde In Zwei Minuten Äh, 13 So Das geht eigentlich Hier muss Irgendwo ein Ding sein Hier ist ein Power Generator Okay Insta Kill Okay Das ist gut Ist hier irgendwo Ein Lucky Hier ist ein Lucky Chess Oh, oh So Ein Lucky Chess da Drinnen ist Oh, hier ist noch einer Also wir müssen das Eigentlich als erstes öffnen Das kostet das 1500 Gold Okay Dann brauche ich 1500 Gold Wieder hier Schön In Kill hier schon So Gleich sehen wir In Runde 6 Ein Zombie Lebt noch Wo ist er Ich sehe Keiner Oh Okay Ist down Okay Runde 6 Jetzt sind schon 18 Zombies am Leben Schon mehr hier Around 6 So Hier ist einer Bam 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 Und hier soll Eigentlich gleich Einer kommen Ja Definitiv Hier kommt leider Der hat irgendwie So Pferderrüstung In der Hand gehabt Warum auch immer Oh, Max Aber Das ist cool Jetzt habe ich wieder Maximale Munition Okay So Bam 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 Sanchez Reloaden Sonst Vergesse ich Zum Reloaden Der hat auch schon Eine Lederrüstung Wie ich Ich könnte mir Eine Goldrüstung Kaufen Ich weiß nicht Ob ich Ich kaufe sie einfach Ich habe jetzt Eine Goldrüstung Okay Dann habe ich hier Jetzt eine Goldrüstung Und So Hier hat hier Der will auch schon Wieder Geld haben Und wegen Zombies So dann Repairn wir da Oh Ich komme direkt Zum Pinker Zombie Okay Better Repairn Nein Ich will einfach Repairn Eigentlich kann ich ja Oh Oh Shopping Spray Was ist das? Okay Da Leute Irgendwie Legenderes Atom Kriegt Hier Bei Lucky Jazz Oh Hier ist ein Baby Zombie Und hier kommt schon Mehr Zombies Oh oh Okay nice So dann haben wir Das Die Runde 7 Ist auch schon erledigt Runde 8 sind wir schon Das ist relativ cool So Dann Ähm Schauen wir Warte mal Lucky Jazz Wie kann der nachher So Lucky Jazz Wenn da Lucky Jazz Immer noch verschlossen ist Das ist die Frage Oh hier kommt Zombies Es schaut aus wie der Wie heißt der Der wird Spongebob Deine Äh Dings Plankton Genau Plankton Das ist schon wieder So und da kommt wieder Rennet viel Zombies aus Mit drei Augen Irgendwie Okay hier auch schon wieder Oh oh Okay insta kill Oh nice Okay die insta kill Hat uns gerade die 100 Gesaved Runde 9 schon Es geht eigentlich Runde 9 So So Bam 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 So Machen wir so Bam 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 So hier kommt schon Lol Die haben schon Eiserrüstung Oh oh Ich brauche insta kill am besten Okay wieder Max ammo Oh oh Kommt relativ viel Zäum ist gerade raus Oh oh Gleich kommt aber der Boss In Runde 10 Bam 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 Ich sehe wieder die Äh Plankton So Ich habe schon Döne 1300 habe ich schon wieder Der eine 2500 Okay der eine 2500 Okay der hat sich gerade eine Rüstung kauft hier Okay jetzt kann ich mir Eiserüstung 2000 kaufen Das heißt ich Okay lol Der eine ist Gelieft Das heißt ich baue noch Ich spare jetzt mal auf 2000 Und habe ich eine Eiserüstung Eine Eiserüstung So und da kommt schon Slime 2000 2000 Geld fällt mir gerade auf 10.000 Ähm Dings hier 2000 Ingame Dollar oder so Dann kann ich mir schnell Eisenrüstung Okay nice Als nächstes Diamond Boot Okay lol 5000 Das kostet Relativ viel hier Hier kommen wieder die Aliens Oh Hinter dem Ist direkt ein Alien Aber ich habe jetzt Eiserüstung Das ist cool Oh oh Hier kommen Zombie Pigments ausschauen Und hinter uns kommt auch Zombie Pigments Oh oh Instacill Okay Instacill ist immer gut Dann gehe ich hier schnell Bam 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 Instacill Okay Da jetzt ist nicht mehr Instacill So Oh 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 Besser Zombie Pigments Nicht töten Okay Runde Äh 12 Gar nicht so schlecht hier So einer ist aber Schon ähm Gelieft Leider Bam 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 So Oh Hier sind Hier sind Der Dios Dings Oh oh Und ein geiles Baby Zombie Bam 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 Okay Wieder repairen Oh was ist das Oh oh Was auch immer Gerade das war Oh oh Hier kommen überall Zombies Bam 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 Oh oh Hier kommen Das sicher komische Fliegenviecher Oh oh Hier hat irgendwas Geöffnet der Typ So bam 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 Oh hier kommen Eine Menge Zombies Oh 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 Und hier kommt wieder So ein fliegendes Viech Oh ich hab keine Muni mehr Oh oh Auch schnell die Munition Irgendwie wieder Bekommen Oh refill ammo Okay Nice So jetzt Scheiße Das ich hier Bam 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 Okay ich glaub die Hunde schaffen wir Okay Runde 13 Wir sind schon richtig weit Komm mir rein Die Target Practice Okay War grad irgendwie ein Hund Auch immer Okay hab wieder ammo jetzt Also Munition Bam 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 So und hier ist auch Ein Zombie Bam 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 Hier lol Hier ist ein Killer Clown Oh oh Ah nein Böser Killer Clown Oh oh So Bei 120 kommt glaub ich Der nächste Dings Oh oh Dann kommen schon Die nächsten Zombies Und ich glaub Das ist unser Ende Oh 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 Nein 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 Böser Zombie Oh oh Überall Zombies Oh nein 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 Alles explodiert Das eine ist irgendwie so ein Ultra Zombie Oh oh Ich glaub die Runde Überleben wir Glaub ich Vielleicht Dachten wir grad auch Überlebt Puh Das war schon Anstrengend Okay 99 Zombie Kills Hab ich schon Das ist cool 99 Zombie Kills Ich glaub das Relativ viel Oh Hier kommen wieder Zombies Und Easter Kill Und Bonus Gold Bonus Gold Okay lol Jeder hat 500 Gold Kriegt Das ist cool So Bam 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 Oh oh Bam 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 So bam 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 Oh oh Okay Ich glaub Vielleicht wird das Unser Ende Wer weiß Hier sind wirklich Wieder richtig Richtig viel Zombies Und irgendwer Schießt mich da auch an Und die sind richtig Viel Zombies Holy moly Oh oh Nein 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 Die schießt mich irgendwie Mit Laserstrahlen an Okay die sind Die haben wenig Recht Äh Relativ wenig Leben Hier Okay Wir haben die Runde auch Gerade noch geschafft Puh Oh mein Gott 115 schon hier Und jetzt werden wir Wahrscheinlich Fehlen Weil wir Richtig viel Ähm Äh Weil wir Richtig viel Zombies Jetzt kommen So Und hinter mir Steht auch Schon Zwei Zombies So Oh 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 Hier Jetzt auch Wieder ein Zombie Unser Mega Zombie Äh Mega Slime Oh oh Hier kommt wieder Eine Menge Oh 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 Nein So viele Zombies Oh oh Nein Ich bin down Okay Oh 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 Ich bin Rerived worden Oh ich hab Es in den Tag Geöffnet Und hier ist So ein Riesenzombie Uh ich glaub Das ist unser Ende Okay der Riesenzombie Ist down Oh ich hab keine Money mehr Okay der hat Irgendwas geöffnet Der eine Typ Oh ich brauch wieder Money Ich brauch Money Oh oh Nein 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 Okay ich hab hier noch Money Okay was hat der Geöffnet Irgendwas hier geöffnet Okay die paar Zombies Leben noch Dann haben wir schon Die Runde Alright So dann schließen wir mal Ähm Das Dings So bam 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 Und hier kommt schon Irgendwie aus Aliens Äh aus Ofos Aus dem Ofo kommen schon Zombies hier raus Oh oh Okay Das wird schon Relativ schwer hier Oh ne Oh ne Okay 120 sterben wir Wahrscheinlich Weil er So über Boss kommt Oh oh Überall Oh oh Ich geh nur am Slime Weil er glaub ich Macht am besten Damage Oh oh Nein 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 Ist wieder relativ viel Dings Oh oh Ich glaube ich habe auch Größte Hitbox glaube ich hier Oh 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 ich übernehme ich das Ich glaube schon ne Ja Jetzt überlebst Huh Runde 17 schon Runde 20 sterben wir wahrscheinlich Save Zombies left 44 Das heißt Wir leben gerade noch 44 Zombies Zufall Ich denke nicht Oh oh So ein Rainbow Dings Oh oh Ich glaube ich brauche demnächst eine Shotgun Und zieht er mir schon wieder Oh oh Überall Oh hier ist Shopping Spree Lucky chest temporary Dirty Okay Das ist cheap Das ist cheap Der cheap Oh oh 20 Sekunden Oh oh Es sind richtig viele Zombies Oh hier sind die Geister und alles Oh oh Ich könnte mir schon die nächste Rüstung kaufen Aber der eine ist schon tot Oh 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 nein Oh nein Ich glaube Ja ich glaube ich bin der Letzte Oh 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 Egal Runde 17 oder 18 was Wir sind Runde 18 Okay So Was ist jetzt mit Runde Zombies Oder Zoms Ich weiß gar nicht Wie man das ausspricht Wenn ihr noch eine Runde Zoms Sehen wollt Vielleicht mit Zoms Oder so Dann lasst ein Like Und ein Abo da Und Ciao Ciao